1953 MV Agusta 125cc Mono Albero. Mit dieser Maschine haben viele spätere Superstars ihre Karriere begonnen. Zum Beispiel Mike Halewood oder Luigi Taveri, um nur ganz zwei Prominente hier zu nennen. Die MV Agusta 125 Mono Albero hat eine obenliegende Nockenwelle. Mono Albero, wie der Name schon sagt, die durch Zahnräder hier angetrieben werden. Durch eine Zahnradkaskade, ein sehr aufwendiges, teures System. Aber eben auch sehr präzise Drehzahl fest. Die Maschine liegt hier in dieser Ausführung bei ca. 15 PS. Bei 10.300 Umdrehungen, wiegt nur 75 Kilo. Höchstgeschwindigkeit ca. 150 kmh, würde ich sagen. Und war bis 1952 in ihrer Klasse unschlagbar nahezu, würde ich sagen. Erst mit der NSU Rennfox hat sie dann wirklich starke Konkurrenz bekommen.